Guck mal, da können wir rein! Du hast ja keine Ahnung, was hier passiert ist. Es ist ein Fluch. Keiner, der da runtergegangen ist, kam je wieder raus. Du bist echt die beste Geschichtenerfinderin, die... Wissen wir, wer sie ist? Irgend so eine reiche Mode tut sich aus London. Ich bin froh, dass es dir besser geht, Clarissa. Hannah? Ja. Warum fahren wir nicht ein paar Tage weg zusammen? Ich weiß auch schon genau, wohin. Freundinnen Urlaub. Auf uns. Für immer. Für immer. Die kleine Hannah, ungeduldig wie eh und je. Ich kannte mal ein Mädchen hier, die hieß Maria. Sie war wie vom Erdboden verschluckt. Wie ist sie gestorben? Ich hab dir eine Geschichte erzählt. Erinnerst du dich? Du hast dir ständig irgendwelche ausgedacht. Ich konnte manchmal nächterlang nicht schlafen wegen dir. Und sie schwor sie uns haben, so lange zu warten. Bis ihm bekommt er sie befreit. Der muss dann ihren Platz einheben. Sie ist noch hier. Wir müssen's vergessen. Hörst du? Was ist passiert, als wir das letzte Mal hier waren? Es war dein Spiel. Aber jetzt ist es ihr's. Er hat sie geholt. Was hast du da unten gesehen? Ich dachte, wir sind Freundin. Du hast ihn versprochen. 5, 4, 3, 2, 1. Das war's. 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 Gingliosi 2, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 3, 4, 4, 5, 4, 2, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10.